Meister und Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption Year. In dieser Folge machen wir erstmal richtig was Heftiges. Und zwar werden wir gucken, dass wir jagen gehen. Wir werden einige Verbesserungen in dieser Folge herstellen. Und es wird wieder eine ganz lange Aufgabe. Ich habe mir mal angeguckt, wie das Ganze hier funktioniert mit Pearson und mit dem perfekten Fell. Wir müssen quasi hingehen und das Ganze spenden. Andere Fälle werden auf unserem Pferd gestackt. Also perfekte Fälle. So hieß es jedenfalls. Und ich müsste jetzt hier einfach nur hingehen und das Teil spenden. Und dann müsste der das quasi am Start haben. Das werde ich jetzt gleich erstmal ausprobieren. Spenden. Was habe ich denn hier? Hier Spockgeweih. Hier Spockgeweih gespendet. Nochmal gespendet. Und das ging jetzt direkt in die Kasse. Wenn es in die Kasse geht, kann es halt nicht mehr gebrauchen. Schade. Schade, schade, Marmelade. Da habe ich aber auch gerade auf Pferd klicken können. Vielleicht, wenn ich das Ding auf das Pferd lege und dann nochmal hingehe, vielleicht zählt er das dann direkt an. Yeah, yeah, yeah. It's Arthur. Nein, nicht Verbesserung. Doch, Verbesserung. Da müssen wir gleich auch mal kurz rein. Aber wir gucken bei Spenden. Da oben stand eben Pferd. Ah, Papitifel. Perfekt. Schau. Es hat geklappt. So, und jetzt kann ich für die Herstellung Spenden X drücken. Es ist nicht in die Kasse gegangen. So, jetzt gucke ich auf Verbesserung. Und jetzt möchte ich natürlich da unten ein Papitifel. Perfekt. Jetzt brauche ich nur noch ein Hirschbockfell und ein Hirschfell. Und dann kann ich diese Taschen herstellen. Tasche, die ich herstelle, wird quasi auf die andere Tasche drauf gesteckt. Und ich kann mir, glaube ich, nur das Äußere hier aussuchen. Weiß ich gar nicht. Am Ende wird, glaube ich, das unsere Tasche sein. Weil die ist so lange gesperrt, bis wir alle... Oh, die ist aber auch geil. Bis wir alle Sachen freigeschaltet haben. Aber ja, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Tasche für die Tonika. Und das ist quasi noch ein Hirschbockfell und ein Hirschfell. Das war Pityfell, habe ich in der letzten Folge gejagt. War mehr oder weniger ein Zufall. Ich weiß nicht, ob ich es reingeschnitten habe, weil ich die Folge noch nicht gecuttet habe. Wir werden uns jetzt erstmal... Ja, Munition haben wir auf jeden Fall noch genug, das weiß ich. Dann werden wir uns jetzt erstmal aufs Pferd schmeißen. Und uns daran machen, einen perfekten Hirschbock... Und diesen anderen Bums zu... Farmen, hätte ich fast gesagt. Zu jagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der Jagd. Bis gleich. Alles klar, hier ist ungefähr die Stelle. Und dann wollen wir mal gucken. Also die Teile hier sollen schwer zu fangen sein. Dafür sollen sie aber häufig vorkommen. Wir wollen mal gucken. Spuren von den Burschen noch nicht wieder am Start. Ich glaube, hier über den Hügel können wir gerade noch mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit gehen. Ich weiß auch nicht, ob die hier immer noch sind, weil wir jetzt halt geschlafen haben. Aber wir... Da sind sie. Makellos. Das ist der Dude. Das ist der Dude. Ab auf die Knie. Wir nehmen... Das Springfield-Gewehr. Und ballern ihm... Voll in die Fresse. Okay. Das war easy. Jetzt wollen wir mal gucken... Ob das auch geklappt hat. Gucken wir uns das Ganze an. Weißwedelhiersch. Ich weiß nicht, ob das ein Bock ist oder so. Oder ein Hirsch. Weiß ich nicht. Mäh. Ich nehme es einfach mal mit. So, und jetzt ist übrigens auch geklärt, wie ich diese Felle da runternehme vom Pferd. Nämlich gar nicht. Ablegen. Hirschfell. Jawohl. Jetzt brauche ich nur noch einen Hirschbock. Also den gleichen Kollegen. Mit... Ähm... Mit einem Geweih. Was ist denn da oben? Was ist er denn für ein Kollege? Ja, ich weiß es auch nicht. Hm. Was geht denn hier so ab? Bullen und Rinder, hä? Florida Cracker. Makellos. Er ist der Bulle. Infoanzeigen. Here for Bulle. Auch makellos. Ja, die gehören mir natürlich nicht, ne? Nochmal Infoanzeigen. Benutze ein Scharfschützengewehr. Ja gut. Eigentlich war ich ja auf Hirschbock aus, ne? Vielleicht können wir uns aber auch hier einfach... So ein Kollegenstibitzen. Wer ist er denn? Gut. Er ist makellos. Benutze einen Bogen mit verbesserten Pfeilen, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Einen Bogen mit verbesserten Pfeilen. Wenn ich hier Dreieck drücke, kann ich mich ausruhen. Und wenn ich dann Herstellen drücke, Vorräte als Nein, Munition. Hier unten geht's anscheinend weiter. Pfeil. Verbessert. Jawoll. Herstellen. Und nochmal herstellen. Da machen wir uns jetzt erstmal ein paar von. Ich hoffe, dass wir die auch direkt ausgewählt haben. Da schleicht sich meine Katze durchs Bild. So. Fünf Pfeile. Alles klar. Hue, hue, hue. Ich hoffe, dass mich niemand sieht. Hier, Viehdieb und so. Oh, war das klug? Noch hat mich keiner gesehen. Hey, Kollege. Hoffentlich kann ich den durch den Zaun erschießen. Und tschüss. Zeuge, Tierquälerei. Was? Wer? Wo? Da hinten. Häuten. Schnell. Scheiße. Oh, oh. Das gibt Schläge. Das gibt gleich eine Schießerei. Gesucht. Verbrechen gemeldet. Ich wusste es. Perfekte Rinderhaut. Komm, lass mich hier bitte rüber. Komm, lass mich hier bitte rüber. So ein Scheiß. Hier ist ein Tor. Ist da vorne auch ein Tor? Oh, oh. Ermittlung. Da kommen die Chakos. Scheiße. Haha. Okay. Der erste ist da. Komm schon. Komm schon. Der zweite ist auch down. Wir nehmen schnell unser Pferd. Komm schon. Gesetzeshüter auf der Suche. Oh, kacke. Der Bulle ist... Ich muss den Bullen bumsen. Sorry. Tut mir ja übel leid. Aber... Ohne... Diese Aktion hätte ich jetzt mein Fell nicht gekriegt. Ich kann das gleich bezahlen. Ich kann das gleich bezahlen. Ne? War das halt eine echt teure, perfekte Rinderhaut. Und wir verstauen. Oh, da kommen die Nächsten. Schnell, 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 schnell. Und tschüss. Und tschüss. Hep. Und ciao. Yep, 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 yep. Zack. Okay. Alle sind weg. Ich bin weg. Vor allen geflüchtet. Und das nächste, was ich jetzt noch machen muss, ist dieses scheiß Hirschbrock. Und hier fehlen. Noch suchen sie mich. Vielleicht habe ich ja Glück und laufe hier an irgendeinem vorbei. Glaube ich zwar nicht. Ähm, okay. Ich habe auf der Karte jetzt nochmal einen Punkt entdeckt, wo ich vermute, Glück haben zu können. Da werde ich jetzt erstmal noch hinreisen. So, wir brechen das Lager ab. Und dann schnappen wir uns direkt mal unser Fernglas. Geh da mal hoch. Kann ich nicht auf den Baum klettern? Das ist aber enttäuschend. Weißwetel hier Spuck. Oh Mann, schon wieder nur gut. Musik. 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 Aha, da haben wir unseren makellosen Weißwedel-Hirschbock. Oh, da ist er. Moment. Info. Scharfschützengewehr. Okay, er kommt direkt auf uns zu. Geht nach links. Geht nach links. Gucken, wann das nächste Mal stehen bleibt. Guckt sich um. Und geht weiter. Ähm. Nee. Och. Mann, nur weil der andere Bock mich gesehen hat. Scheiße. Ja, aber wir wissen jetzt wenigstens, dass es hier einen gibt. Jawohl, das ist er. Waffen. Gewehr. Musst nur einmal hochgucken, Kollege. Nein, was ist denn da jetzt rechts rot? Da ist er. Nein, er hat mich entdeckt. Mann, ich hätte ihn eben schon erschießen können, ey. Alter, ist er das? Nee. Alter, ist er das? Nee. Wo ist er? Wo ist er? Da steht er. Da ist er. Da ist er. Da ist er, die dritte. Jetzt. Gleich. Man muss nur einmal den Kopf hochnehmen. Einmal den Kopf hochnehmen. Äh. Steckt das Gewehr weg? Lauf mal hin. Gucken wir mal, ob wir den jetzt richtig gepackt haben. Heute. Oh, bitte. Die Folge geht auch schon wieder anderthalb Stunden. Also die Büroaufnahme hier. Und? Ist es perfekt? Ist es perfekt? Ja, Mann. Perfekt. So, dann haben wir jetzt einige perfekte Fälle an den Start gebracht. Er packt das jetzt schön drunter, hoffentlich. Genau. So. Jetzt scheint die Sonne. Jetzt hört es auf zu regnen. Alles glänzt. So schön neu. Und ab in die City, würde ich sagen. Beziehungsweise hier zu uns. Und dann? Ab zu Pearson. Und dann bin ich gespannt, ob es sich gelohnt hat. Also im Endeffekt, wenn ich jetzt mal so überlege, habe ich jetzt eine Stunde 35 Minuten auf dem Tacho, ehe ich das Ganze fertiggestellt habe, wahrscheinlich eine Stunde 45. So lange hat es jetzt gebraucht, um Fälle zu farmen für eine Tasche. Ich habe noch eine Rinderhaut am Start. Die habe ich extra gefahren. Aber, ich glaube... Nee, gar nicht wahr. Ich bin ja gestartet mit dem perfekten Waipiti-Kuh-Fell. Also hat das, glaube ich... Doch, doch stimmt. Das hat doch was hier mit zu tun gehabt. Stimmt. Das hatte doch was damit zu tun. Das heißt, ich hatte schon ein Fell. Habe aber nochmal ein Rinder-Dingsbums. Er jagt. Und somit hat sich das dann ausgeglichen. Es zählt also die Zeit von... Eine Stunde 45 Minuten für eine Tasche. Je nachdem. Und das war auch die leichteste Tasche. Das heißt, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen nösig angestellt. Kann natürlich auch alles sein, ne? Hi. Hi. Kopfgeld bezahlen. Ähm... Fuck it. Ich bezahle einfach alles. Hi. Spenden. Und wir gehen auf das Pferde-Inventar. Guck dir das an. Hier, Spockfell. Gut. Das geht wahrscheinlich direkt in die Kasse. Genau. Und dann hier und dann da. Die beiden letzten Sachen. Dann gehen wir auf die Verbesserungen. Tasche. Tasche für Tonika. Bam, Alter. Und jetzt sieht unsere Tasche so aus. Wir haben das quasi aufgemotzt. Und es passt mehr rein. Genauso soll es sein. Okay, alles klar, Friends. Ich würde sagen, das war erstmal ein nices Ende hier für die Folge. Wir haben die neue Tasche an Schalke gekriegt. Du werdet gerne in den Part. Folgt mir, wenn ich das noch nicht gemacht habe und wenn ihr Bock habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüssi. Jakofsky. Tschüssi. Vielen Dank.